jetzt schon mal aufrecht hin erasing idiots of the week kann einfach nur wieder ein banger werden der übliche der hat jetzt schön im kies festgehalten ja da ist vorbei oh no ich hoffe dem kameramann jetzt gut das ja nicht so aus als wenn der kameramann noch am leben ja da einfach in drei gefahren und durch ich glaube es waren anstieg ich bin ja mal gespannt ob irgendwann auch regen in den wiki serien kommt so ich denke das könnte ganz viel spaß werden hier ist hier schon regen das sind die reifen oh no all damage is repairable was war das denn okay ist jemand zu schaden kommen nee ob die leute also ich frage mich wie lange das dauert bis die leute wissen dass man nicht auf der linie anbremst ich glaube das hätte nichts gemacht wenn der einfach stehen geblieben wäre der andere trotzdem reingeballert oh die turbozigarren du ich glaube dein auto ist kaputt was ist das für das auto oh mein oh hier ist regen nee nee da ist nichts mit kurve also wer ist hier motor kaputt übrigens oh nein ey ich fühle das so sehr ich hatte auch einen kaputten motor heute dieses geräusch ist eine katastrophe no ich habe gedacht es geht um die bmw aber hier geht es ja um einfach alles also und tschüss oh du auch zwei leute in den tod oh no 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 monster turn 1 auf monster turn 1 ist halt immer verlass ja ne also spotter muten ist übrigens nie eine gute idee da kann ich euch nur nur ans herz legen ich glaube das ist vorbei wo wollte er denn dahin oh der hat ja wirklich alles gegeben was passiert hier was ist das für ein rennen was passiert hier was ist das für ein rennen oh no oh no oh no oh no yes 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 no yes yes nicht eingeplagt das gut ich glaube die zigarre die hatte neee bremst im regen einfach da wo du im trocknen auch bremst ist ne gute idee liften ach liften ist quatsch früher bremsen ist auch quatsch fahr einfach voll rein mit hass jup oooooh ok no oh schade es sah fast aus als wenn er ihn doch kriegt warum warum wo 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 es wo dass relatives aus dem training es sind ja trims was passiert da Rennen einfach gelaufen Gelbe Flaggen sind und bleiben optional. Braucht kein Mensch Das regnet übrigens Es ist übrigens nass Einfach voll frottel durch, Junge. Gib ihm. Einfach durch Einfach entsorgt Einfach entsorgt Okay Also einer von den beiden hatte einen falschen Bremspunkt. Welcher weiß ich nicht Schön im Duett Lebt der noch? Der geht noch Oh, er wollte ausweichen. Er wollte wirklich ausweichen. Man hat es gesehen. Aber es hat nicht geklappt Der heimtückische Rasen hat zugeschlagen Ich glaube dein Rennen ist vorbei Das Ding wie es einfach abgepoppt ist Fump Fump Ich glaube du hast Motorrad Hast du dich verschaltet? Der muss sich verschaltet haben, oder? Der löpp nicht mehr so rund Oh nooo Warum fährst du denn in der Mitte? Oh, die Regencrashes immer, Alter Oh, die Regencrashes immer, Alter Oh, die Regencrashes immer, Alter Der hat ja alles mitgenommen in einer Runde, Alter Oh Oh Eyracing Idiots of the Week Ist und bleibt einfach Beste Diese ganzen Compilations Ob Siansky ist Eyracing Idiots Eyracing Not Top 10 Einfach alles ein Genuss Ich sag's immer wieder Einfach nur geil Ich könnte mich da jedes Mal wegpissen Oh Danach ist die Welt immer in Ordnung Dannach ist die Welt Dannach ist die Welt Dannach ist die Welt